brücke ihr habt eine brücke erscheinen lassen ich bin ja so was ich immer dabei vergessen habe ist das ist ein pipskuber er heißt so weil er einen scharer auf den kopf trägt wer es in die raube kommt der maximal kf 2 2 0 auf keinen fall liegt auf den springen könntest du sogar paralysiert werden ok nehmen wir mal unseren hammer und er ist weg jetzt macht es richtig spaß ok sprung nur war das Das ist jetzt ein bisschen doof, weil Gumbario da jetzt nix machen kann. Oh nein. Egal. Mist. Hm. Hör dir Ding weh. Was soll's, weil Gumbario eben gerade wegliegen. Hauptsache uns wird nichts abgezogen. War das jetzt egoistisch? Nein, das ist doch nicht egoistisch. Ich hoffe nicht darauf. So, ich will mal gucken, was hier so ist. Ähm. Toll. Äh, das können wir noch nicht holen. Können wir bestimmt irgendwann mal holen, aber jetzt nicht. Ach guck mal, dahinter versteckt sich ein Item. Champion! Oh. Schade. Nun gut. Ähm. Sprung. So. Haben wir nur einen, der angreift. He he. Sehr gut, nicht wahr? Äh, nein, 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 nein. Ähm. Ne, geht nicht. Na, dann muss ich halt nur den machen, ja. Nichts. Ah, Mist. Äh. 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 Äh, ich kann nicht timen. Äh. 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 Ich kann nicht versuchten. So, und dann kann ich mal hier Hammer machen. Komm her. In deine Presse. Äh. Äh, äh. 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 ja okay ähm ja gehen wir mal weiter aber guck mal ein Schild Festzug der Cooper Brüder? Cooperheim? Blablabla passt auf was man macht was passiert immer hier geil ne? das ist so cool so ich mach es so lange bis ich voll hab nochmal noch zwei Herzen jetzt weiß ich mir eigentlich auch ne aber hier hinter ist noch was und zwar Honigsirup yeah na 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 ach ne warte ich hier gehts ja gleich zu den Cooper Brüdern aber wir müssen erstmal zum Cooperheim aber wir brauchen nämlich ähm jemanden um die Cooper Brüder zu beziehen hm? und zwar diesen komischen AHHHHH diesen komischen Coopervieh das komische Coopervieh das komische Coopervieh hmmm hmmm so na gut dann eben so geht nicht anders Gumbaro hat eben so viel Power dafür können wir teilen Ja Jo desapare So Hehehe Toll Zusatz Ja! He he! Toll! Super! Du machst einfach mal gar nichts. Yay! Doppelteile geteilt! Ja! Wuhu! So, Gevarium macht wieder gar nichts. Weil er nichts kann, ne? Der Scanner ist das einzige, was er gut kann. Yay! Und ich muss husten. So langsam wird das mit unserem Level, ne? Okay, da wären wir wahrscheinlich erst später dran gekommen. Da kommen wir jetzt schon dran, schon wusste ich. Eintritt verboten, Mario! Jetzt habe ich die Kugel. Oh, ach so, ja, hier geht's die Kugel. Ähm, da waren wir... Dann sind wir hier ja falsch! Dann sind wir hier ja falsch! Ich bin ja so doof! Na egal, die will halt zurück. Na 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 nalala nana... Dr Beaumann holen uns doch mal ein paar Herzen! Herzen! Wohooo! Ja das macht doch Spaß! Ich will da rein, ich will da rein. Gut, dann nicht. Chuck! 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 Hat irgendwie nichts gebracht. Na ja, was soll's? Kuppeheim! Kann es sein? Bist du wirklich Mario? Ob Willkommen, Kuppeheim! Ich wünschte, wir könnten nicht mal mit allem Gebühren Respekt willkommen heißen, aber wir haben gerade jede Menge Probleme. Siehst du denn nicht, was hier los ist? Ähm, nein. Das ganze Dorf ist wegen Fuzzis in Aufruhr! Du weißt doch, was Fuzzis sind, oder? Das sind diese Viecher, die Fuzzis sind, ne? Das ist einer. Ähm, ja, wieder eine wunderbar bildliche Beschreibung. Ganz üble Kerl, die sind wirklich bösartig. Ja. Au! Äh, sie haben mein... Oh. Oh nein, du will, Fuzzis, mir gehört sofort mein... Ah, nein, wir sind zurück! Oh nein, wir sind zurück! Oh nein, wir sind zurück! Oh nein, wir sind zurück! Haha. So macht man das. Ja! Und danke, Mario! Ich stehe in deiner Schuld. Ich kann mich ohne meinen Panzer nicht sehen lassen, das wäre zu peinlich. Maru, pass bloß auf, dass sie die Fuzzis nicht an deinen Panzer stehlen. Äh, ach ja, du hast ja ja keinen. Äh, na ja, pass auf, ich pass auf deine Latze auf. Okay. Äh, ein Trockenpilz! Äh, ja. Yay, Geld! Na komm, befreien wir mal. Yay! Zack! Oh, du bist der Beste! Vielen herzlichen Dank! Warte, du scheiß Putzi! Ja, Geld! Na gut, okay, jetzt hupen wir uns mal höchstens weiter um. Zack! Juhu! Danke, Mario! Dieser Panzer wurde maßgefertigt. Deshalb steht er mir so gut. Er sieht genauso aus wie die anderen. Ich sehe doch cool aus, oder? Er sieht genauso aus wie die anderen Panzer! Kummerblatt! Ich muss rusten! Ich speichere. Was ist das denn für ein Wurm? Na, du Würmchen! Quiz! Wipp! Quizlo ist mein Name! Quizcho sind mein Leben! Du willst Quizzes? Ich habe sie! Wenn du meinen Knallharten rett, wenn du sie knackst, kannst du... Dann... Juhu! Gebe ich dir einen Sternschwetter! Willst du das versuchen? Klar! Dann kommen wir zur Frage 1! Frage 1! Wie lautet der Name von Gumbarius' kleiner Schwester? Ähm... Gumbaria? Korrekt! Gratulation! Hier ist dein Sternschwetter! Yay! Du hast bis jetzt eine Frage richtig beantwortet! Viel Glück am nächsten Mal! Nur denn ich hoffe bis bald zum nächsten Mal! Yay! Und weg ist er! Okay, äh... Sprechen wir doch mal! Gut, okay... Suchen wir uns mal ein bisschen weiter. Oben hier... Hallo! Äh... Hey du! Diese Bomben-Bob-Oms sind aus der Festung der Koopa-Brüder geflogen! Leider mussten sie feststellen, dass die Dinge hier im Dorf auch nicht besser sind! Die Fuzzis flippen völlig aus! Die armen kleinen Bob-Oms! Wie? Ich? Ich verlasse das Haus nicht, weil ich den Fuzzis nicht in die Hände gefallen will! So würde mir bestimmt mein Panzer genommen und damit spielen! Ohne Panzer sehe ich gar nicht kurz! Nein, danke! Ich bleibe lieber hierher und höre Musik! Ja, du bist voll der Stubenhocker, ja? Na, gehen wir mal hier rein! Oh! Ein Laden! Sehr schön! Äh, hi! Willkommen! Dies ist Coop-Bass für lässlicher und günstiger Laden! Nun, womit kann ich denen... Äh... Kaufen! Wenn du etwas kaufen willst, stelle dich vorne und entsprechend... Äh... Eitel und drücke... Ah! Okay! Dann tu ich das mal! Honige... Pilz... Pilz kostet! Vier Münzen willst du aus... Willst du zuschlagen? Aber klar! Ich glaube, du hast zu viele Items dabei! Komm wieder, wenn du welche verkauf... 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 Wir sind weiter! Denn hier sind noch mehr Coopers! Äh... Für Fuzzis! Naja, ich bin schon... Ihr Fuzzis werdet mich nicht besiegen! Meine Zeugen meiner Macht! Jaaaaai! War das... Das war... Wahre Superpower! Ja, natürlich. Was auch sonst? Yay! Kupferblatt! Scheiß drauf! Yay! Bleibst du nur stehen? Ich hätte es wissen müssen! Du bist so clever, Mario! Ich weiß, ich bin ja auch Mario und Mario kann ja alles. Naja, fast alles. Okay, hier ist nix drin. Hier ist ein Baum. Und da kommt ein Fuzzi raus! Ey Fuzzi! Äh, okay, dann eh nicht. Oh, hier sind noch mehr Büsche! Hm, na gut, dann eh nicht. Dann... Na komm schon! Ich bin der Fuzzi in meinem Panzer! Ich bin der Fuzzi in meinem Panzer! Ich bin der Fuzzi in meinem Panzer! Zwei Stunden später! Ich bin der Fuzzi in meinem Panzer. Ja, ich bin der Fuzzi in meinem Panzer. Ich bin der Fuzzi in meinem Panzer.